Und dann sind wir zurück bei Rocket League. Normalerweise... Ja, ja, sind wir. Hallo. Normalerweise brauchst du das, was ich jetzt habe. So ein Taxi. Ja, das ist doch... Vor allem Love-Taxi, ne? Liebes-Taxi, hinten das Herz, ne? Abgebissene Tuchscheibe hier am besten oder so ein Scheiß, ey. Ich mag meine Kartoffeln. Na gut, dann mach ich das eben anders. Mach ich das jetzt hier. So. Hat mich auch 100 Euro gekostet. So, jetzt fangen wir mal an. Machen wir einen Scherz. War nur 99. Ja. Hast du dir die Fallout 5 Special Edition gekauft? Ja. Die Fallout 6 Rocket League Spezial Edition. Ja. Mit allen drum und dran. Ich habe jetzt auch einen Heiligen-Schein. Oh Gott. Oh, wieder Ray-Hit. Ja. Ja, ich habe leck' gerade. Mist. Ja, und da sieht man weg. Ohhhh. Und es fängt wieder an. Acht Sekunden haben wir gerade mal ausgehalten. Ach, das ist doch rekordverdämmlich. Ach, das ist doch rekordverdämmlich. Ach, das ist doch rekordverdämmlich. Jetzt hätte ich eigentlich... Ich habe Ball. Jetzt aber. Ich habe Ball. Ohhhh. Muss ich extra wieder kommen und das äh... Neist! Du musst wieder kommen und alles gerade wie Gott sagt, ne? Ja, war ja auch so. Ja, 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 ja. Haha, sind die doof! Oh, haben die aber gerettet! Mist, wo bin ich jetzt gegen gefahren? Huuuh! Mist. Oha, ne. Nein, daneben! Tor, Tor, Tor! Ja! Oh, Berthi! Wuhu! Das musst du aber gleich ausschneiden! Ja, stimmt auch klar. Guck's euch an! Das war mehr Glück als sonst was. Das ist egal, guck! Das ist egal! Das war einmal berechnet! Ein einziges Mal! Das gibt's doch nicht. Ich dachte, jetzt machen die wieder ein Tor. Ja! Ja, mach's doch! Nein! Nehmen wir! Ja! Ah! Ups! Ja! Da sieht man... Der gibt die gegnerische Mannschaft doch den Tor schießen! Ups! Daneben! Scheiße! Oh nein! Der kommt richtig Hammer! Aber nicht für mich! Richtig! Für mich aber auch nicht! Scheiße! Scheiße! Aber für die! Das muss ich mir gar nicht angucken! Das ist ja peinlich geil! Jetzt aber jetzt! Das wird jetzt sowas von kein Tor! Oh nein! Nein! Wer möchte denn jetzt im Tor bleiben? Also ich nicht... Weil ich sie nicht... Jetzt muss sie wieder nicht im Tor bleiben! Immer wenn wir in Rückstand sind und 500 Tore! Wer will ein Tor bleiben? Wer will ein Tor bleiben? Ja dann bleibt doch einfach von Anfang an im Tor, Mensch! Ja dann schießt da keiner von euch Tore davor! Was sollen wir sonst machen? Doch! Wer hat ja doch das einzige Tor geschossen! Ja das stimmt doch bis jetzt! Das war aber geplant! Oh! Diese Frau! Mach sie raus, Jan! Ich weiß ja, Freund mit Fußball, ey! Auto und Fußball! Da passt doch alles gar nicht mehr zusammen! Ja genau! Aber bei euch passt's, ne? Das Quiz-Saxi hat verlochen! Ich glaube ich muss wieder meine alt-germanische Flagge wieder hitzen gleich hier auf meinem Haus. Reichskriegsflagge oder was? Ah Mist! Ja du bist ja so cool! Ja Berti! Ja! Berti schieß! Oh der Berti erzauert wieder heute wieder! So welche Tore musste man schießen wenn wir mal auf was reißen müssen und nicht wenn wir so verlieren ey! Wenn Berti es noch zwei Tore schießen soll dann aber gute Nacht! Dann geh ich mich erschießen! Was macht's denn? Was machst du denn? Halt's vor Berti! Berti! Andere Seite! Der hat da schon drei Tore geschossen! Das drinnen zählt aber nicht! Äh... Aber für die schon! Oh... Oh di 26! Daneben Nein 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 Es ist echt nicht wahr Leider doch Nein Nein Boah Lika jetzt ritt wieder ab Boah Lange Das hat er schön reingemacht Verdi 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 war auch schon wieder hinten bereit Hab ich auch schon gesehen Ich auch Ich kann ja auch schon Ja du ja 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 Ha 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 Kavosh Oh scheiße ey Ich hab ihn 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 Super Ich hab ihn 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 Voll der Krieg hier! Wo ist der Ball? Zum Tor! Doch nicht! Nein! Was machst du denn? Nein, der wäre schon so reingegangen. Ich habe schon gesehen, du wolltest mir das Tor klauen. Wollte ich nochmal selber schnell machen. Jungs, wir sind nicht in der Lage dazu. Wir sind nicht in der Situation, dass wir Tore haben. Ja komm, ich habe die Vorlage geliefert. Ja, ist doch so. Ja, dann genieß doch deine 50 Punkte jedes Mal. Zum Bein mache ich mal hunderte. Nein, daneben. Ja. Mach die da. Alles außer richtig Fußball. Ich habe keine Ahnung, wo Fußball das sagt. Nein! Ich bin im Tor gelandet. Ich bin im Tor gelandet. Komm und her, komm. Ich habe keine Ahnung, aber das auch immer Geschäfte. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ja, wir haben und das auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich habe damit stehen. Hallo, Vorlage? Naaah! Nee, lass sie ein, komm! Hallo, Ball! Mach! Oh! 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 Oh, schlo! Eeeeh, Mami! Oh, Perti! Niii! 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 Was denn? Hado, es ist 2 zu 1! Was? So I'm beautiful! Oh oh! Oh, scheiße! Komm runter! Komm zu Papi! Oh! 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 Ja, ja. Ja, ich bin Level 13 und das warst du für diese Folge.